Willkommen im neuen Brand vom Winterwunderland, einem Ort voller internationaler Artistik und Wiener Scharren, einem Ort, wo man genießen und sich nach allen Regeln der Kunst verwöhnen lassen kann. Und das sehen Sie in den nächsten drei Wochen bis zum 19.12. im Winterwunderland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020